das darf doch alles gar nicht wahr sein ich rede mit einem holzstück du kannst doch gar nicht da sein bin ich auch noch nicht du musst mich ja schaffen holst du mich heraus bitte papa bitte 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 ja wie denn alter mann streng deinen kopf an und deine hände frisch ans werk du bist doch holz schnitzer oder nicht und wie heißt du weißt du nicht aber du musst doch einen namen haben du bist eine holzpuppe sogar eine ziemlich freche du sollst pinocchio heißen der wunderbare pinocchio was hänschen nicht lernt lernt hans nie mehr mehr nein ich will die wälder kunden ich will alles selber sehen es gibt so vieles das ich kennen lernen möchte wenn ich jetzt nicht damit anfangen dann bin ich morgen alt und braun das ist doch sein turnister pinocchio pinocchio ich will noch so viel erleben ich muss hier raus und meinen papa filmen das ist doch ein Bis zum nächsten Mal.